So, so, so. Scheiße. So, 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 so. So, so. Aber es ist ja nicht nur was, was die anderen YouTuber, also die großen YouTuber halt so machen, sich gegenseitig fertig machen, sondern auch was die anderen, also die Zuschauer für Bullshit manchmal machen, Alter. Das geht mir auch unter keine Kuh. Wollt ihr allesamt keinen Spaß auf YouTube haben, oder wie muss ich das jetzt ganz so verstehen jetzt halt? Ach, Scheiße. Ich weiß, ob das aus YouTube geworden ist, dass das so ein Bieferei und Kiferei gegenseitig irgendwie herrscht. Das macht einfach keinen Spaß. Und deswegen bin ich ganz froh, so im kleinen Bereich, echt wirklich. Guckt zwar keiner meine Videos, ich hab aber meinen Spaß dabei. Immer auf Trost, ich bin euch mal zu nah und so zwischendurch. Ich muss mir keinen Kopf machen. Scheingräser. Füße ich uns hier am besten rum. Ach so, das Spiel findet ihr übrigens auf www.321spielen.de Link in der Videobeschreibung. Hier gibt's noch mega viele andere. Hier hab ich meine Let's Play Randoms gedreht. War auf jeden Fall mega lustig, bisher zu den ganzen Spielen. War auf jeden Fall mega lustig. 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 Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch! Ich weiss das nicht, ey! Weiss du mir! Ich muss den irgendwie näher an mich ranbringen, dann habe ich das gefrühlt. Ich habe keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich auch demnächst mal ein paar Gag-Profiling-Videos machen, weil wir jetzt viele neue Decks in der Art und Weise haben wollen. Jetzt haben wir jetzt auch einen neuen Kameraden, der stellt sein Deck auch mal vor. Auch der Axis wird sich mal sein Deck vorstellen. Der hat sich letztens vorgedrückt. Feige Ratte. So. Ihr seht, ich komme nicht weiter. Ja, also den Weg, wie wir die Dinge kriegen, das ist jetzt ja soweit. Da in der Ecke kann ich nicht viel ausrichten. Deswegen muss ich ihn näher rankriegen erst mal. Das Sprintiff. Okay. Ah, fuck. Okay, das ist auch nicht der ganze Weg. Oh, jetzt habe ich zu viel drin. So, konnichi wird es auch ein Video geben, was mir jetzt hier am Laufen ist bei uns. Hier im wunderschönen Kassel. Soll ich das verarschen? Soll ich das? Soll ich das? Soll ich das? Soll ich das? Und da? Soll ich's in сказbar machen? Soll ich das? Wie, die Flasphal Turniere? Mann! Ich kann... nach oben. So. Okay. Ich kann jetzt nach unten ein Stück, ja, eins nach oben, dann komm ich da oben raus, dann kann ich hier, hier, bringt mir nix. Ich kann halt noch hier hin, hier, hier raus, das bringt mir halt letztlich wenig. Da komm ich einfach nicht hin. Der einfachste Weg ist jetzt der. So, peng. Aber dann komm ich nicht mehr da oben dran. Es geht einfach nischt. Ich kann nach links. Unten geht mir jetzt auch nichts. Das heißt, ich muss nach oben. Und jetzt kann ich nur noch eins da hin, dann komm ich aber hier nicht weiter. Also, bringt mir jetzt auch nix. Kürzer und weg nochmal versuchen. Ich kann runter gehen. Sterbe ich. Kürzer und weg versuchen. Ich kann nach oben gehen. Okay. Ich kann zur Seite gehen. Okay. Ich kann nochmal zur Seite gehen. Okay. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Sonst sterbe ich. Das heißt, die beste Möglichkeit, die ich habe, ist diese lange in den Weg. Zack, zack. Jetzt tue ich ihn näher nicht ran. Jetzt tue ich ihn näher nicht ran. was? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Es geht nicht. Was? Es funktioniert! Boah, es gibt eine Fondationsprobleme! Yay! Ich verstehe das Licht, verdammte Scheiße, Gott schütze an mir! Ach Mann! Krieg dich doch nicht, oh, du weißer Hase! Heißkanin sind in Erbau und das schwarze Kaninchen von Watership Down hier! Lach mich doch, wie die heißen! Fast gut! 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 genau wie mein Arsch Horsch zack 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 ähh 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 jetzt ich werde auch ein Unterlüo halten mit zwei mit dem Cosplayer und wenn ihr den habt was man fragen kann dann schreibt es mir mal in die Kommentare ich habe mir schon ein paar Fragen ausgesucht und dann habt ihr ja noch ein paar Ideen was man fragen kann Leute ich glaube ich muss jetzt hier Pause machen ich habe gerade keine Ahnung und ähm ich muss trotzdem noch meine Medikamente nehmen weil ich bin ein bisschen kränklich wünsche mir gute Besserung ansonsten wie immer schrolt mir alles in die Kommentare und sagt mir mal eure Meinung was ihr über diesen ganzen YouTube Fight Beef Couple denkt und ähh tschüss und dann tschüss 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 tschüss